Hallo miteinander und herzlich willkommen zum neuesten Video von CrowdHouse. Heute schauen wir uns einen attraktiven Neubau im Kanton Solothurn an. Er ist Teil der brandneuen Überbauung Leistfabrik 2.0 in Niedergesgen. Nur 5 Minuten ausserhalb von Aarau. Da haben wir bereits ein Objekt in kurzer Zeit am Markt platzieren können. Das Objekt ist im Eigentumsstandort ausgebaut und bietet 8 Wohnungen an 2,5, 3,5 und 4,5 Zimmern. Schauen wir uns das Ganze doch etwas genauer an. Das Mehrfamilienhaus steht im Zentrum des Ortes, wo früher der bekannte Schuhhersteller Bali Schulleisten hergestellt hat. Innerhalb der letzten 2 Jahre hat man das alte Fabrikgebäude zurückgebaut und durch attraktiven Neubau-Raum ersetzt, der voraussichtlich per Dezember 2020 bezugsbereit sein wird. Bei der gesamten Überbauung hat man grossen Wert darauf gelegt, zehnmalige Fabrikgelände einzubeziehen. Verschiedene Teile der Anlage sind erhalten geblieben, wie jeden Turm und das über 40 Meter hohe Chemie. Die neuen Häuser mit Blick auf die Fabrikhalle sind in einem Bachsteinfarbton gebaut worden. Neuer zukommen sind der begrünte Platz und die Tiefgarage, wo zehn Parkplätze von dieser Liegenschaft darin Platz gefunden haben. Der behinderten gerechte Lift bringt einen von dort direkt in die vier Geschosse. In den Wohnungen werden alle Mieterwünsche erfüllt. Dank am hochwertigen Ausbaustandard ist die Qualität überall auf einem Top-Niveau. Zum Beispiel in den modernen Küchenen, die komplett mit Elektrolux-Geräten ausgestattet sind. Die Böden sind in den Wohnräumen mit Bambusparkett und in den Bädern mit Steinplatten ausgelegt. Durch die integrierte Bodenheizung kann in jedem Raum die Temperatur individuell reguliert werden. Zur Ausstattung gehören auch dreifach verglase Fenster von 4b, elektrische Storen und eigene Westtürme. Als Aussenfläche dienen grosszügige Lodchas mit 14 bis 16 Quadratmetern, die dank der südlichen Ausrichtung auf der Sonnenseite liegen. Bei all diesen Vorzügen wundert es nicht, dass die erste Vermietung sehr gut angelaufen ist. Aktuell ist die Hälfte der Wohnungen bereits vermietet. Auch die zentrale Mikrolux dürfte ihren Teil dazu beitragen. Das Primarschulhaus mit Kindergarten liegt nur drei Strassen weiter und der Bahnhof Schönenwerth, eine Post und das beliebte Outlet-Shopping-Center Fashionfish sind auch in G-Distanz erreichbar. Bis zum Coop und dem Migros sind es übrigens nur 800 Meter. Es ist kein Zufall, dass die ehemalige Leistenfabrik den Bali gehört hat. Der traditionsreiche Schuhhersteller war während fast 150 Jahren in der Nachbargemeinde Schönenwerth zu Hause. Auch wenn der Hauptsitz schon länger im Tessin liegt, sind Spuren dieser Erfolgsgeschichte noch an vielen Stellen vor Ort sichtbar. Zum Beispiel beim Balihaus und dem öffentlichen Balipark, wo für die Belegschaft der Firma geboten wurde. Natürlich ist die Zeit trotz all dem historischen Bewusstsein da nicht stehen bleiben. Niedergesgen hat rund 4000 Einwohner und ist unter anderem der Standort von Bodmer und Modell. Zwei starke Unternehmen in der Verpackungsbranche. Ja und dann ist Niedergesgen auch noch ideal gelegen. Genau zwischen Aarau und Olten, die beiden grössten Städte von ihren jeweiligen Kantonen. Sie haben beide mehr Arbeitsplätze als Einwohner und vertrauen darum auf Tausende von Pendlern, die aus der umliegenden Gemeinde zum Arbeiten kommen. Dank der kurzen Distanz in diesen Städten ist das Wohnangebot in Niedergesgen perfekt für alle, die sich einen kurzen Arbeitsweg und trotzdem bezahlbare Mieten wünschen. Mit dem Zug ist man ab dem Bahnhof Schönenwerth in nur 5 Minuten und ohne Zwischenhalt schon in Aarau. Nach Olten bringt dem die SBB zudem in 10 Minuten und mit dem Auto bewegen sich die Fahrzeiten im gleichen Rahmen. Fassen wir die Liegenschaft an dieser Stelle noch einmal kurz zusammen. Wir haben einen voll ausgestatteten Neubau an zentraler Lage, wo die Geschichte und die Moderne von Niedergesgen aufeinander treffen lässt. Der starke Vermietungsstand spricht für sich. Das Arbeitsplatzangebot in der Region ist gross mit rund 50'000 Stellen allein in Aarau und Olten. In Kombination mit den marktgerechten Mieten und der 5-jährigen Garantie des Bauunternehmers haben wir hier ein langfristiges Wohnangebot. Das war's von dieser Liegenschaft in Niedergesgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.